Hallo und herzlich willkommen zurück bei Cities Skylines. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen um unsere Infrastruktur bzw. Straßen hier gekümmert. Wir haben hier so ein paar Hauptstraßen durch unsere Stadt geführt und auch hier die Straßen verbessert. Wir haben jetzt einen neuen Kreisverkehr, der eine Autobahn ist. Und ja, schließen einfach, weil sie hier schneller fahren können auf der Autobahn. Und als nächstes möchte ich so ein bisschen unser Industriegebiet anpassen. Und wir fangen an mit einer Straße, die wir von hier nach... Das ist einigermaßen parallel, ich kann es nicht wirklich erkennen. Ja, ich glaube, so kann das gehen. Äh, ja. Und als nächstes setzen wir direkt eine Mülldeponie. Dorthin. Und, äh, kurz eine Straße noch dazwischensetzen. So. Eine zweite Mülldeponie. Dorthin. Dann brauchen wir noch eine schnelle Straße. Hier runter. Und, ähm... Diese Mülldeponie werden wir entleeren. Das heißt, die wird jetzt leer gemacht und alles dahin transportiert zu diesen beiden Mülldeponien. Damit wir diese dann am Ende abreißen können. Ja, unser Gate wird schon wieder ein bisschen knapp. Das ist nicht parallel, was ich da gebaut habe, oder? Ah ja, okay. Können wir mit leben, denke ich. So, und dann ziehen wir unsere Straße hier. Unsere Schnellstraße. Haben wir hier rüber. Sofern wir genügend Geld haben. Natürlich nur. Ich lasse mal ein bisschen schneller laufen. Damit wir zu Geld kommen. Ich will in der Zwischenzeit mal hier ein paar Tweets lesen. Ich fange mal oben an. Da kann man sich am besten wegklicken. Was ist nun mit dem Wasserwerk los? Duschen mit Flaschen Wasser wird ein bisschen teuer. Kennen wir. Äh, ja. Und dann springt er wieder nach unten. Guten Morgen zusammen. Was für ein schöner Tag. Hat jemand eine Ahnung, wie viel Strom? Die Tempel... Die Tempelritter kommen aus ihren Verstecken. Sehen den Zustand der Welt und gehen gleich wieder zurück. Hashtag, hab zu lange geschlafen. Okay, der war neu. Die Polizei bietet kleine Lagerräume. Kennen wir. Hat jemand eine Ahnung, wie viel Strom? Ich hätte gedacht, dass frisches Wasser... Ja, guten Morgen zusammen. Was für ein schöner Sonnen? Hat jemand eine Ahnung, wie viel Strom? Union Aerospace... Leck mich am Arsch, ey. Glaubst du, das Ding bringt mich auf die Palme, ja? Okay, Union Aerospace Corporation veröffentlichte Marspläne. Hashtag UAC, Hashtag Marsmischen. Weg damit. Wir haben unseren Urlaub verlängert. Hat jemand eine Ahnung? Ich hätte gedacht, frisches Wasser. Wer ist denn das überhaupt? Howard Gray. Das ist Howard Gray? Und der hat kein Wasser? Warum hat der kein Wasser? Die ist ja auch weg jetzt, die Anzeige. Nur einfach nochmal sicher gehen, dass der das ist, ja? Hier ist Howard Gray. Raus aus meiner Stadt, du Wichser. So. Weg damit. Terry Ward, guten Morgen. Sabrina Price, ja. James White. Wir haben unseren Urlaub. Ja. Ich hätte gedacht, frisches Wasser. Noch einer. Das war der gleiche wieder. Hat jemand eine Ahnung? Guten Morgen zusammen. Jawohl. Das haben wir. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Können also endlich unsere Straße hier weiterbauen. Die wir einmal hier drüberziehen. So. Wie weit sind wir da? Ich lasse es ja immer wieder ein bisschen geschmeidiger hier. Wie weit sind wir mit unserer Entleerung? Immer noch 38% voll. Ja. Und dann möchte ich im Grunde genommen für unsere Industrie ich würde sagen, dazu ziehe ich die Straße eben nochmal ein Stückchen weiter vielleicht. Bis da. Bis hier. Und da wäre man ein bisschen kleiner. Kann man eigentlich so eine... Ah, ich da will ich... Da will ich ein bisschen... Also bevor ich hier weitermache, will ich erstmal das Ding da abreißen. Glaube ich. Wobei hier so eine schöne... Kann man sich gut nachrichten hier gerade. So. Ob das praktisch ist? Nein, das ist nicht praktisch. Praktisch wäre das. Bis... da hin. So. Wie sieht's aus mit... mit der... Kiste hier? Alter, beeilt euch mal. Wie lange brauchen die denn? Oh, oh. Ein Gebäude ist abgebrannt. Das ist schlecht. Sollten wir vielleicht gleich mal entsorgen. Ja, ich würde natürlich hier unten gerne eine Feuerwehr auch noch hinstellen. Da reicht das Geld aber momentan nicht. Und, ähm... Ich weiß auch noch nicht. Wir sollten vielleicht erstmal umbauen. Auf jeden Fall muss da unten eine Feuerwehr hin. Definitiv. Da geht gar kein Weg drum rum. Und diese Schnellstraße, die würde ich ganz gern bis zum Ende durchziehen. Bis dahin haben wir sie ja gemacht. So, das geht natürlich nicht. Wobei da hinten nur noch das Kraftwerk ist. Und das können wir, glaube ich, so lassen. Und vielleicht sollten wir auch hier eine Schnellstraße bauen. Bis dahin. Hier fahren im Grunde genommen nur noch die Müllwagen. Da sollten wir eigentlich nichts weitermachen brauchen. Und ich hätte gern noch... Oh! Strom! Strom-Problem! Scheibenhonig! Wir haben unsere Verbindung gekappt. Gar nicht gut. Ja, dann sind wir auch gleich ins Minus geraten hier. So. Jetzt möchte ich hier nochmal kurz nachbessern. Das ist da oben hin. Ja. 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 So. Vielleicht eben noch ein paar... von denen da rein. Der Rest bleibt so. Soweit so gut. Haben die Wasser? Haben sie nicht. Jetzt aber. Und ich glaube, wir sollten jetzt auch noch ein Strom-Dings aufstellen. Aber kein Geld für grad. Okay. Wie sieht es aus? 20% voll. Jawohl. Es leert sich. So. Wir gucken mal eben nach unserer Bildung. Jetzt haben wir... Vielleicht sollten wir dann doch nochmal eine Grundschule umsetzen. Vielleicht ein bisschen weiter noch hier runter. Hier würde ich sagen. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Ich würde sagen. Hier. So. Wie sieht es jetzt aus mit der Bildung? Ja. Da kann man mit Leben, glaube ich. Aber wir haben hier noch irgendwo einen Spielplatz fast übersehen. Der soll natürlich neben der Grundschule sein. Klar. Ja. So. Dann. Oberschule. Alles super. Ja. Und ich hoffe, wir können bald eine Universität bauen. Die dann hoffentlich für noch einen größeren Bereich gilt. Geschäfte. Es sind ein paar Geschäfte gefragt. Vielleicht machen wir... Hier noch ein paar Geschäfte rein. Da. Und vielleicht noch... Hier unten irgendwo, oder? Da kommen wir... Ähm... Nehmen wir den Bereich noch für Geschäfte. Soweit, so gut. Ja. Industrie ist auch gefragt. Aber, äh... Das kommt noch. Das kommt noch. So, mir fällt gerade auf, dass ich mal wieder meinen Timer nicht gestellt habe. Und ich nicht weiß, wie lange die Aufnahme noch geht. Beide lehrt sich 1% voll. Ne, 11%. Es wird Zeit. Das ist mal, äh... Kreuzungen für Kreuzungen, die... Zu... Was? Klar können sie das. Sind da die beiden Gemeinden da? Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Das ist ein netter Hinweis. Ja, wir haben hier natürlich eine Kreuzung. Da eine Kreuzung. Ja, das ist unpraktisch. In der Tat. In der Tat. Scheiße. Das ist unpraktisch. So, jetzt haben wir keine Kreuzung mehr. Übergangsweise machen wir es mal so. Hier mit einem Bogen, würde ich sagen. Nur Übergangsweise. Ja, ist schon besser. Ist nicht mehr ganz so schlimm. Die Kreuzung kommt ja auch noch weg. Wobei, die könnten... Die hätte ich schon längst gehabt können, nicht? Idiot. Die brauchen wir doch gar nicht mehr. Das war ja die Idee. Ist das endlich leer hier? Nee. Ah, Mensch, dann hätte ich das jetzt gar nicht machen brauchen. Wir haben hier zwischen... Ja, bitte, pass mal auf. Wir probieren nochmal was anderes. Ich lösche das mal wieder raus. Das auch. Schnellstraße. Mal gucken, wie das funktioniert. Mal gucken, wie das funktioniert. Also, Müll. Das ist auch nicht das wahre. Das ist auch nicht das wahre. Also Müll aus der Stadt, da können sie hier langen. Das machen wir anders. Da machen wir lieber so eine Kreuzung runter. Wobei, die können dann auch hier möglicherweise Wir werden es sehen Immer noch 2% Ah, jetzt hoffen wir schon mal besser, als was wir es eben vorher hatten Da mit 3 Kreuzungen hintereinander, das ist natürlich hier nicht das wahre Ja, ist alles ausgewogen momentan, das ist sehr schön Wieso ist hier ständig ein Wasserproblem Verfügbarkeit ist ja super, wieso ist denn hier so eine Hammer Verfügbarkeit am Wasser Strom ist knapp Strom ist echt knapp Äh, da ist ein verwaistes Gebäude Das war eben hier Das gar nicht geht Hat man das nicht schon mal abgerissen? Warum kann ich denn das nicht? Vielleicht, weil ich in dem Modus bin Warte mal, da gucken wir mal eben Naja, okay, ich verstehe Das hat man schon mal abgerissen, glaube ich So, haben wir noch irgendwo welche Gebäude, die wir nicht gebrauchen können Sieht nicht so aus wie im Tarn Hier hinten vielleicht Auch alles gut Einrichtung leer, ja, das ist gut Abreißen Ne, abreißen war schon richtig Ich wollte die Straße auch abreißen Die benötigen wir nicht mehr Äh, Friedhof benötigt Das macht Sinn Macht Sinn Macht Sinn Machen wir gleich mal Aber erstmal Diese Straße Gerade Geht nicht Oh, das ist bereits belegt Was ist da Besonderes belegt? Das ist doch nur Industrie-Scheiße hier Naja, ohne Straße Wir müssen die mal eben raus So Und Wir löschen noch die Ich sehe sie nicht wieder hintereinander machen Die Kreuzung Die könnten natürlich auch Wenn wir allerdings eine normale Straße nehmen würden Würde die keine großartige Kreuzung verursachen, glaube ich Man könnte einfach abbiegen Ich glaube, dass hier eine normale Straße ausreicht Ähm Ich will keine Straße verbessern Hat er extra gerade so gemacht Weil das erzeugt nämlich keine Ampelkreuzung Ganz genau Wobei doch Wieso haben wir hier eine Ampelkreuzung? Wahrscheinlich müssen beide Straßen dann schmale sein Ja, das war wieder Fehldenken Toll Nun gut So Hier ist noch eine Straße Die führen wir einfach hier weiter Und dann haben wir hier jetzt natürlich noch Boah, so kann man das lassen So, dann füllen wir mal auf mit Industrie Ich würde sagen, hier können wir auch ruhig Und, äh Hier auch Wobei, vielleicht Da sollten wir hier nochmal ein, zwei Straßen durchziehen Lass mal hier anfangen Ja, das ist immer so die Frage Wie macht das am meisten Sinn? Ohne großartig viel Platz zu verschenken Nicht genug Geld Okay Dann, äh Füllen wir jetzt aus Ach komm Alles rein hier Soweit so gut Ja, ich weiß noch nicht genau Inwiefern das jetzt praktisch ist Aber ich glaube Also auf jeden Fall ist alles schon mal schön verbunden Denke ich Was ich als nächstes noch machen möchte Ist vielleicht Hier vorne schon mal eine Abfahrt Zur Industrie machen Damit im Grunde genommen die ganzen Zulieferer Und, ähm Für Export und so weiter Gar nicht, äh Hier drauf müssen Sondern direkt hier abfahren können Und dann in das Industriegebiet kommen Aber das dann, äh In den nächsten Folgen Hier sind wir erstmal wieder am Ende angekommen Äh, da ist jemand tot Einen Friedhof müssen wir bauen Ja, machen wir auch in der nächsten Folge Dann kaufen wir hier oben noch das Stück dazu Und hier oben möchte ich dann den Friedhof haben Damit wir dann einfach Weil wir dann Ja, noch ein bisschen weiter bauen Ähm Damit er dann möglichst viel Mitnehmen kann quasi Und, ja Hier sind wir aber erstmal am Ende angekommen Ich bedanke mich Dass ihr da wieder eingeschaltet habt Wir schauen nochmal kurz zum Abschluss Über unsere Tweets Frisches Wasser Na klar Neue Stromzähler Guten Morgen Haben sie Geldbeutel verloren Äh, die neuen Stromzähler Was ist nun mit Wasserwerken los Was war eine tolle Stadt Die neuen Stromzähler Aus der Nachbarwohnung Kommt ein komischer Gestank Wie riecht denn ein toter Mensch Das finden wir raus In der nächsten Folge Und Geldbeutel Ja, und das war's Okay Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao